Ja, herzlich willkommen! Weiter geht das mit Trine. Und wie ihr seht, seht wir hier irgendwie nicht ganz richtig. Ja, wir waren letztens beim Boss stehen geblieben, aber... Warte mal, die Maus ist wieder am Weg. Aber irgendwie will er uns nicht zum Boss bringen. Was natürlich auch gut ist, weil wir werden eh in den Tod gestürzt am Stück. Insofern schaukel ich hier mal eine Runde durchs Bild. Hui! Hui! Ja, schaukel deine Eier, Junge. Hast du da keine? Doch, doch, die hat Eier, die ist transsexuell. So, ich hab bei mir mal ein bisschen umgestellt, dass es nicht immer so zuppelt. Ich mach jetzt Vollbild-Modus. Nur da hatte ich am Anfang das Problem, dass das Spiel ganz gerne mal abstürzt, sonst die Aufnahme im Eimer. Hm. Jetzt hier so ein Zwischendingen. Ja. Ach ja, hier muss ich ja den Magier wieder nehmen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ich hoffe, wir waren jetzt nicht so weit. Huch! Was glaube ich denn? Mit dem Knopf, ne? So. Nicht so weit vom Boss entfernt. Keine Ahnung. Äh, ach so, ja, warte mal, da muss ich... Das Ding hier irgendwie wieder hochschieben, warte mal. So war das, dann so. 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 So, jetzt. Jetzt komm ich doch mal weise nicht mehr hoch. Ähm. Das ist sehr ungünstig, aber wir müssen da gar nicht mehr rüber, der Loot ist gelootet. Meinst du? Wo bist du jetzt hin? Das ist aber auch nicht so schlau, müssen wir nicht hier unten hin, wo ich bin. Ach so. Weiß nicht genau, da hoch. Ne, wir müssen da hoch. Ja, ja. Ja, müssen wir da hoch? Genau. Warte mal, ich schieb das Ding weg, komm mal hoch. Das ist einfach kaputt. Kommen sie. Sehr gut. So, bisschen weiter vor, bitte. So. Ach, da bist du? Ich hab dich gar nicht gesehen. Siehste? Ich hab dich überhaupt nicht gesehen. So. Plopp. Ähm, warte. Mach doch mal so ne Planke vor dieses Ding. So am besten ne Planke unten hin und dann so schritt, oder so. Wenn die da bleibt. Hm, ja. Ne, bleib nicht. Warte. Äh. Zack, klack, klack, klack. Ah, wunderbar. Okay, jetzt aber schnell, die geht nämlich kaputt. Wunderbar. Wir müssen unten hin. Ne, wir müssen links hoch. Hier hoch. Hoch? Aber da ist doch nur Loot. Ja. Hier ist doch kein Loot mehr. Ja. Das ist sehr richtig. Gut. So, dann gehen wir mal weiter, oder? Äh. Hoch, hoch, hoch. At its best. Gleich zu Beginn. Lalalalala. Oh. Na ja, genau. Hier. Hiiii. Warte doch auf mich. Bist du hinten? Ach da. Hier ein Skelett. Baranimo. Alter, das hält aber auch ein bisschen alles aus. Ähm. Ach so, hier brauchen wir einen Magier. Ja. Ich mache mal kurz Marquis. Ah, immer diese schrägen Klang. So. Sinn. Hahaha. Aua. Das war mein Gesicht. Scheiße. Ist egal, jetzt brauchst du nicht. Kiko wechseln. Nein, ich will nicht. Ja gut, dann nehme ich halt einen Mage. Also, sie kam hier nicht so stacheln raus? Warte, 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 warte. Nein. Warte auf. Weg da. Geh weg da. Was mach ich denn? Was warten? Mach doch überhaupt nichts. Ne, das gleich. Aua. Du stehst auf der Plank. Mach ich halt eine neue. So. Au. Nein. Aua. Egal, schnell durch. So. Ja, das war Profimäßig. Das war richtig geil. Da ist der, da ist so dick. Aua. Aua. Ich versuch. Aua. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Kann ich schlagen? Aua. Nicht sterben. Schwein. Ha, 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 ha. Oh, jetzt muss ich da alleine hochhüpfen mit dem bisschen HP oder was? Willst du mich verarschen? Jetzt kommt der Aufzug wieder. Ist das nicht toll? Geht da ohne Aufzug hoch. Aua. Ja. Oh, hoch. Wo hast mich denn hingefeuert? Ohne Aufzug. Am letzten Checkpoint. Mal gucken, wo das ist. Auf jeden. Ich kann's nicht andrücken. Ich hab's angedrückt. Ich kann's nicht andrücken. Ich kann hier... Ja, ich bin schon da. Wo bist denn du jetzt? Ja, ich bin... Wie gesagt, ich kann das nicht andrücken. Warte mal, ich versuch's mal mit der Maus. Ah, mit der Maus geht's. Okay. Ach so. Ich hab einfach A gedrückt. Oh, ja. Okay, ist ein bisschen schwer. Was soll denn das denn werden? Ich baue die Schlange nach oben. Oh, oh. Aha. War hier was? Kann ich das hier drauflegen? Ja, aber dann geht's runter. Du könntest Kästen da hinbauen, die... Nein, 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 nein. Weil das Zeug ist ja hier alles immer nicht sonderlich. Oh, ja. Vorsicht. Da oben hängt noch das Ding drin. Warte. Ja. Äh, schieß mal die Dinger hier weg. Oh, da kann ich's auch machen? Ja, die müssen aber nach links irgendwie. Nicht hier oben reinstecken? Nee. Oh. Ups. Versuch sie hinter dich zu bringen. So, eins. Uuh, da kommt was angerollt. Ah! Uuh! Was hast du mit mir gemacht? Du bist jetzt schwein! Hui! Ich geh jetzt einfach hier durch, ey. Ja. So. Lala. Aua. Ui. Du hast mich da in seine Planke reingesteckt. Ah, ich dachte, das geht ganz runter jetzt. So. Äh, wie schieß ich denn? Achso, hier ist gar keiner mehr. Kann ich mal... Kann ich die Tuse wieder haben? Ja, gerne. Wie machen wir das jetzt? So, machen wir das. Okay. Wer hat das jetzt? Ich hab grad draufgedrückt, glaub ich. Achso. Savage ist dem Spiel beigetreten. Hallo Savage. Das ist aber schön, dass du beigetreten bist. Hä? Ja. Ja. Irgendwer ist grad im Spiel. War dabei. Hier beigetreten. Hast du öffentlich erstellt? Das, äh, mag eventuell... Nein! Unter, unter! Nein! Nein! Oh, Scheiße! Ja, Savage, der ist bestimmt richtig stolz auf uns. Habe ich in der Kopf! Kopf rüber! Da unten rumheckst! Kann man den kicken wieder, vielleicht? Hoffe doch! Der hat meine Tuse! Jetzt hab ich's ja wieder. Wer bin ich denn? Ich bin jetzt der Magier. Weiß ich... Gucke mal, ob ich den kicken kann. Right! Äh... Aktuelle Spieleoptionen. Spieligkeitsgrad, bla bla bla. Mach doch gar nix! Hier vielleicht... Ah ja, da kann ich erst mal den Spielmodus ändern. Ah doch, hier kann ich den kicken, glaub... Oder? Ja, warte mal, da... Fern... Ja... Ha, er ist weg. Alles klar. Sehr gut. Spielmodus ändern. Wenn du Spielmodus änderst, werden alle Spieler getrennt. Willst du das Spielmodus wirklich ändern? Nein. Hoffe einfach mal, dass keiner mehr reinkommt. Da war das Ding. Oh, ist das laut. Ähm... So? Müssen wir den halt wieder kicken. Dann hier? Wo ist das Teil hin? Dann hier? Verdammt. Ja, in der... In der geilen Säure da drüben. Da ist ja nicht nur Säure drin, sondern da ist ja auch so ein Stachelteil. Haha. Kriegst du doppelt Damage gleich. Schade. Deswegen hab ich auch jetzt keine HP mehr mitgeben. So. Okay, mal kurz nachdenken. Hoch. Och, Mann! Das war mein Arsch. Okay, hier bin ich erst mal sicher. Ich komm da nicht hoch. Ich glaub, dass der Fahrstuhl hier weg geht. Darf keinen Treffer abbekommen. Oh! Nein! Oh! Ich darf keinen Treffer ankommen. Egal. Machen wir es einfach mit dem Mage. Blanke. Aua. Dumbdidum. Oh! 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 Ja, das blöde Skelett gespawnt. Oh! Oh! So, warte. Ich schaff das nochmal. Ihhh! Das ist ein Skelett. Geh weg! Nein! Oh! Ach ne. Ach, ich bin da runter! Was ist das? Ach, Aua! Jetzt aber Meine Güte So Ui Ich bin schon oben Achso, ja, bin ich auch hier oben Ja, warte mal, ich muss jetzt erstmal Oh, das ist ein komisches Das ist mein Zielkreuz jetzt lila Ii Das Ding hier Ja, okay, das war so geplant Hier, spür meine Pfeile Hey Hör doch auf Na gut Geht es noch steiler Ja Achtung, da sind diese Dinge Geh durch Aua, mein Kopf Aktivier erstmal kurz das Ding Und dann können wir da unten gucken, was Oh Oh, ich bin unten Stirb, stirb Ja, hier waren wir ja auch schon mal Ich weiß aber nicht mehr genau Also ich weiß sowieso generell gar nichts mehr Ja, ich auch nicht Also das ist schon so lange her wieder Aua Danke, dass du den Feuerball für mich eingesammelt hast Ja, gerne geschehen Ach ja, das war die Genau, die hatte ich aber am letzten Mal nicht gesehen, diese komische Früher da Ja, du kannst jetzt einfach dich da hochmogeln Ja, so einfach ist das gar nicht Ja, so einfach ist das gar nicht Stirb Wenn du hier so nicht oben gewesen wärst, hätte ich jetzt hier ne Planke drüber gebaut Nein, ich will, steck dich da rein Jetzt damage wenn ich da drauf hüpfe Nein Das Ding dreht mich hoch, mal gucken, wo es mich hin dreht Da oben war ich noch gar nicht Verdammt Es dreht mich in die Lüfte Ei, hier oben ist noch EP, guck mal Die hab ich gar nicht geholt Ich noob EPR? Hier ist ganz schön viel EP Tatsächlich Ach was, du noob Ich frage es nur, wie kommen wir jetzt wieder hier runter So Ah, so Aua Aua Was war das? Eine Spinne Ach ja, stimmt, das müssen wir aufmachen Ich würde gerne mich irgendwo mal festkralen, ob ich jetzt nirgendwo ein Holzball kenne Okay, ich bin oben Ja Nein Okay, ich brauche nochmal eine zweite Chance Warte Halt, wie geht das jetzt runter? Er schießt So La 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 Oh, das war aber knapp Ach, geschafft Ebel benutzen Achso, da war ich Schwing Wozu ist denn dann Und das Tor geht auf Warte mal, ich habe so einen Stein jetzt da oben geholt Ja Ein Stein Warum eigentlich? Ein Stein, der deinen Namen trägt Hoch am Himmel steht Der ist, wenn man hier hoch hüpft, war der hier oben Achso Entweder war hier noch XP, die wir beim letzten Mal schon eingesammelt hatten oder der Stein ist für irgendwas zu gebrauchen Können wir damit irgendwo eine Wand? Ich sehe es jetzt, hat man beim letzten Mal nicht gemacht Ich sehe es, wozu der gebrauchen ist Gucke mal da drüben die Wand Gucke mal Warte Äh, was? Ich bin das Ganze hier oben Ja, ja, da war der Stein Ja Bam Ah, nice Sehr, sehr schön Hui Da komme ich doch nicht rüber Doch jetzt schon So, so Aha Oh, deine Kiste Meine Kiste Verzauberter Oh, muss gucken, was das ist Äh, 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 äh Inventar Hallo, Inventar Kann nichts hier machen Fließen Ah ja Du bist besser geheilt Irgendwie geht hier was gerade nicht bei mir egal Mach was halt mit der Maus Erhöht die Wirkung geht des gesammelten Gesundheitstrangs oder gesammelter Gesundheit um 5% Ja, gut, okay Nö, brauche ich nicht Finde ich jetzt nicht so geil Aber besser als nix Ja, eben, ne 5% ist jetzt nicht die Welt, aber halt ein bisschen was, ne So, dann gehen wir wieder hier runter Guck ich gerade mal Los, Herr Popo Ja, ich weiß auch nicht, wo ich das hinpacken soll gerade Ich wisch da mal ein bisschen den Boden Ja, ich wisch den Boden Alles sauber machen Sauber, sauber, sauber Ja, egal, ich lass es auch weg So, aber Äh Platsch Und Hey, ah Wo sind Dinger immer Du laufst durch einfach Aua Äh, aua Nein Ich bin irgendwie ins Wasser gefallen Bin ganz unten, das ist nicht gut Hallo Skelett Aha Würde dir gerne helfen, aber ich komm da nicht mehr hoch Ah, da bist du Ja, da oben war noch vielleicht Loot, oder? Na, keine Ahnung Aua Ah ja, da ist ein Hebel Das ist der fette Kackspinne Ich treffe dich Bin mal kurz ne Runde Wo bin ich denn? Ah, da ist die Spinni Warte mal Nein Aha Hab ich sie getroffen? Glaube ja Ja, die ist weg Ja gut Ah, ich bin der beste Bogenschütze auf dieser Welt Bin der beste Bogenschütze auf der ganzen Welt Kommst du zum Hebel hoch? Äh, wie hoch? Ne, da hoch komm ich nicht Okay, da muss ich kurz ein Magier besuchen Ja, mit dem Magier ist das kein Problem Was sagen? Wo bist denn du hin? Ich hab den Magier gerade Ich bin hier geschwommen Aber an dem Himmel waren wir doch glaube ich schon, oder? Da müssen wir den nicht nochmal betätigen, damit wir hier weiterkommen Weiß es nicht Probieren wir es einfach mal Irgendwie wird es schon Willst du den Magier haben, wenn du hinkommst? Weil ich komm Ich bin hier gerade Ja, gib mal her Ja, gib mal vom Genau Okay, jetzt da nehm du den mal Ich bin hier von der Seite zu doof Nein, Kiste Komm her Ähm Ah, okay Die Kiste brauchen wir Nicht im Wasser Das ist blöd Nun kann ich Ja, jetzt könnte ich hier ne Planke machen Okay Ja, also ich würde jetzt von hier aus mit dem Magier glaube ich hochkommen Das habe ich schon mal hinbekommen Hier ist nur noch die Frage Sind wir da jetzt noch Ach, man kann einen Walljump machen Das ist das immer Ah, ich bin gut Lalalala Ah, ich bin so gut Okay Ich bin am Hebel Lalalala Und da geht irgendwas auf Ah ja, diese Klappen da Sehr schön Guck mal hier, wie toll ich das hier gemacht habe Kannst du dir ansehen Was? Das ist richtig toll Wir kacken oder was? Warte Nein Meine schöne Rampe Schön Ich guck gleich mal hier auf den Grund des Bodens Ob da noch was Da ist nichts Schneller, schneller Wusch, 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 wusch Das ist der Boss! Aua! Nicht die Nase! Nein! Was war daneben? Nein! Guck hoch! Lass es hoch gucken! Junge, der spielt Dark Souls! Viel schwerer als sowas! Oder auch nicht! Ja, gib ihm aufs Maul! Komm! Au! Komm! Nein! Geh weg! Komm doch her! Du drehst ihn immer falsch rum, ne? Du musst ihn immer andersrum drehen! Ich treffe ihn nicht von hinten! Und durchspringen kann ich nicht! Ja, mach ich gleich! Ja, gut! Klung, klung, klung! Da gehts hoch! Oba! Ist das Kerl! Hast du ein Auge gesehen! Was ist die Armee hier? Was ist denn los? Haben wir noch einer! Aua! Haben wir es jetzt! Sehr gut! Ja, ich glaube! Nein! Nein! Ich bin einfach mal kackgerecht hochgehüpft! Komm gleich! Los! Geh hoch! Geh hoch! Ja! Drei Jahre später war die Platte oben! Oder auch nicht! Was ist denn nun? Ah, komm! Das wird schon reichen so! Zack! Zack! So! Da oben ist ne Spinne! Kannst du die mal... Okay! Bin dran gekommen! Ah ja! Hier waren wir auch schon! Ja! Das Symbol sieht aus wie das Artefakt, das wir suchen! Was sind diese Artefakte überhaupt? Das zweite Artefakt, das ist schon mal... Das haben wir schon gesehen! Das können wir jetzt überspringen, glaube ich! Ja, machen wir auch! Ähm... Der speichert wahrscheinlich nur abgeschlossene Level! Das kann natürlich sein, ja! Sie haben es ruiniert! Alles ruiniert! Wir müssen uns... Aua! Oh nein, das kenn ich ja noch! Oh! Au! Ui! Au! Ah, dabei war ich fast... Stimmt, das war doch dieses geile Ding da, was ich so richtig schön beschleunigen konnte! Nein! Haha! Haha! Hier ist versucht! Haha! So ein Kack-Noob! Ah! Das war's! Aua! Auf damit! So, hier oben haben wir auch schon geholt, glaube ich, die EP, genau! Da komm, Skelett! Hui! Hui! Und... Ach, da hast du schon, okay! So, wir müssen das Ding beschleunigen! So... Noch mehr! Yeah! Hui! Chaka! Chaka! Ich muss den Scheiß-Stacheln hier, ey! Ey, ist's nett! Aha, durchs Schild durch! Willst du sie nochmal öffnen? Ne, ich glaub nicht! Mach sie gerade! Erneut gefunden! Anna-Statue! Okay! Kann folgendes... Die hat man letztens schon... Ne, haben wir die schon gehabt? Ja, ja! Also bei mir, bei mir schon da erneut gefunden! Achso, okay! Ich muss ihn ja eigentlich auch bewegen! Äh, das da! Ach, ich kann's verlangsamen! Aha! Langsamer! Und noch langsamer! Ein bisschen langsamer, noch ein bisschen langsamer vielleicht! Bisschen nur, hier sind noch volle Skelette am Start! Ich bin schon hier, schon längst hier oben! Drei Skelette noch am Start! Ich seh' die Pfeile! Aus! Schneller! Dreh dich! Äh... Immer schneller! Bin da hoch! Bring auf! Warte! So... Schneller! Schneller! Ich bin doch zu langsam! Er ist noch bisschen... Ich bin noch was! Hahaha! Hahaha! Schneller!